immer an der wand lang so beginnt der kehrreim eines alten gassenhauers der refrain beschreibt wie der betrunkene zecher seinen heimweg findet die modellbahn züge von reinhard fahren auch an der wand lang durch alle zimmer seines einfamilien hauses und finden ihren heimweg dank schienen immer start und zielpunkt der züge ist die ehemalige garage die beherberg den schattenbahnhof sozusagen und hier treffen wir auch reinhard der uns seine außergewöhnliche modellbahn vorstellen wird zunächst die große frage wann hat es denn bei dir angefangen mit dem virus modellbahn also ich hatte mit dem zarten alter von 34 jahren meine erste modellbahn und am weihnachtsbaum bei mir war es genauso ich bin jahrgang 1950 1953 zu weihnachten habe ich die erste aufzieheisenbahn bekommen spur 0 mit uhrwerk antrieb 1954 zu weihnachten hat die zweite oma also mir aus versehen noch eine anfangspackung geschenkt dann hatte ich zwei ovale und ich kann mich genau erinnern also wie ich nicht abwarten konnte dass das abendessen vorbei geht was ich sonst immer so genossen habe tisch frei machen zwei ovale aufbauen und beide züge gleichzeitig gegenläufig fahren zu lassen das war meine erste große intelligenzleistung damals war ich ganz stolz drauf mit vier jahren ja und dann kurze zeit später ein zwei jahre später habe ich dann die erste elektrische bahn bekommen ja erst von bleichmann und dann hat mein vater der war bei der feuerwehr von seinen kollegen erfahren dass märklin das beste sein soll und dann gab es dann märklin blechgleise dann ab 1956 hatte ich dann märklin bahn und die habe ich so ungefähr elf jahre betrieben und damals war das für mich schön genug mich hat das nicht gestört dass die gleise nicht so besonders echt aussehen also das war für mich als kind gut genug heute würde mir das nicht bereichen irgendwann nach der jugend und sturm und rangzeit ist ja sicherlich wieder bei dir der wunsch zu einer modellbahn gewachsen wie ging es dann weiter mit meiner frau zusammen dann wir hatten uns eine dachgeschoss wohnung gekauft in neukölln 185 quadratmeter habe ich ein jahr renoviert und als alles fertig war saßen wir so auf dem sofa und ich dachte das ist ja schön hier neun meter lang das wohnzimmer da könnte doch eigentlich auch ein schienenbus irgendwie so durchs regal fahren meine frau fand das ganz witzig die hatte sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt und war aber grundsätzlich nicht dagegen dann fiel mir ein das ist ja meine wohnung ich kann auch ein loch in die wand bohren das ist ja meine wand und daraus ist dann eine 42 meter lange strecke durch sieben räume geworden und wir haben aber nicht geschafft also das vollständig ist ende zu bauen und zu detaillieren weil dann nach ein paar jahren also der gedanke war wohnung zu verkaufen uns lieber an einem vorort von berlin ein haus zu kaufen so senioren alters wohnsitz mit garten und frischer luft und so haben wir auch gemacht und da war eine voraussetzung für den kauf des hauses dass wir auch platz für modellbahn haben und bevor wir das haus hier gekauft haben haben wir gleich mit dem nachbarn verhandelt ob wir die ehemalige doppelgarage noch verlängern dürfen auf 60 quadratmeter weil ich sowas brauche ich ja für die modellbahn das ist ja das mindeste und nach einem jahr renovierung des hauses habe ich dann damit angefangen und auch wieder ringstrecke durch alle räume einmal ringsherum durch sieben räume durch die wand durch in die ehemalige garage und da auf 60 quadratmetern baue ich dann das was normalerweise eine vereinsanlage ist und ich habe mir schon ausgerechnet wenn ich das in der qualität hinbekommen möchte wie ich gerne hätte müsste ich mindestens 125 jahre werden ja also das programm kaum noch zu schaffen ja aber immerhin also einige kleine stellen sind ja schon einigermaßen so dass ich da ohne zu erhöhten das vielleicht zeigen kann ja aber naja ich brauche noch man kann sich an den vielen details auf dieser noch nicht ganz fertigen modellbahn nicht genug satz sehen es sieht wie eine realistische momentaufnahme aus egal wo man hinschaut und schon philosophiert reinhard weiter wie er sich modellbahn vorstellt über seine beziehung zur bahn und 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 an eisenbahn interessiert mich eben also neben der eigentlichen technik so dieser philosophische bereich diese von von fernweh bis melancholie maloche und so ist diese diese seltsame mischung und ich versuche das erste modellbahn soweit jedem kann das so nachzuahmen ich muss das heutzutage ein bisschen genauer machen als damals im alter von sechs jahren weil ich inzwischen besser weiß wie es in wirklichkeit aussieht ja also glänzende plastikhäuser reichen nicht mehr es muss ja so gut aussehen dass die illusion aufkommt dass ich mich darin verlieren kann in dieser traumwelt und da ich eben sehr genau weiß wie es in wirklichkeit aussieht als fotograf habe ich immer sehr genau hingeguckt muss jetzt auch sehr genau aussehen sonst funktioniert das nicht ich möchte da eintauchen diese traumwelt für ein paar stunden ja und das auftauchen ist so besonders schön wenn man aus dieser traumwelt wieder auftaucht und wieder in die realität zurück muss dann kann man für einen kurzen moment realität von außen sehen und sieht sie viel genauer als wenn man drin steckt und das ist ein interessanter effekt so wie wenn man einen ganz starken film sieht in dem man sich so verlieren kann so ähnlich ist das hier auch das kann ich hier sozusagen auf knopfdruck machen bei mir zu hause und weil ich eben in berlin neukölln groß geworden bin im nördlichen teil von berlin neukölln und eben nicht irgendwo auf dem lande habe ich keine lieblichen landschaften hier gestaltet mit mit wassermühlen und und förster im wald der auf den hirsch wartet oder so ähnlich was kann man alles machen aber das ist nicht meine kindheit ich bin in berlin groß geworden vier stöcke mietskasernen gaswerk fabriken kanal auch ein bisschen mobile teilweise und das versuche ich hier nachzubauen also solche häuser zum beispiel kann man gar nicht kaufen das gibt es ja nicht das muss man irgendwie selber bauen die sind zum teil aus pappe aus gips mischung aus verschiedenen materialien teile aus bausätzen teile selbst gebaut und auch in der maßstäblich richtigen größe die meisten modellhäuser sind ja viel zu klein vom volumen und es darf nicht so super neu und glänzend und frisch aussehen sind wirklich hat es das ja auch selten und das versuche hier eben nachzumachen also da ist eben auch hier mal der asphalt aufgebrochen oder weiß ich ja das haus ist da ein bisschen schmuddelig vielleicht und das möchte ich so nachmachen und das ist ihm sehr realistisch gelungen wie bereits erwähnt ist das große vorbild der anlage an berlin der 60er bis 80er jahre angelehnt viele nachgebildete kleine details erzählen ihre eigene geschichte ob straßenszenen typische hinterhöfe kleine handwerksbetriebe alte fabriken oder die alte laderampe mit kleiner spedition man kann sich nicht genug satt sehen es ist die perfekte illusion die reinhard da geschaffen hat schicken wir jetzt einen zug auf die reise durch die räume des hauses vom schattenbahnhof aus in der garage macht sich ein personenzug gebildet aus eilzugwagen und einer e 44 auf die reise der zug erreicht nach kurzer fahrt die küche das ist auch reinhardts lieblingsplatz von jetzt an geht es immer an der wand lang hier kreuzen sich jetzt die züge aus der gegenrichtung es ist die legendäre baureihe 601 die auf unseren eilzug warten muss weiter geht es dann durch einen mauer durchbruch ins bad vorbei an waschmaschine und sanitärkeramik um das treppenhaus zu erreichen die hintergrundkulisse übrigens begleitet den zug durch alle räume eine geniale realistische gestaltung nach dem treppenhaus verschwindet der zug unseren blicken um kurz darauf im kleinen vorraum dem entree des hauses wieder aufzutauchen bevor der zug hier weiter fahren kann muss reinhard hand anlegen und die gleise an der eingangstür herunterklappen damit der zug anschließend das gästezimmer durcheilen kann nach passieren des gästebettes verschwindet der zug wieder in der wand um anschließend aus dem bücherregal im wohnzimmer wieder aufzutauchen nach durchquerung des großen wohnzimmers erreicht unser zug wieder den schattenbahnhof in der garage was für eine reise eines modellbahn zuges eine wichtige rolle im leben und der modellbahn spielt auch reinhards frau sie hat sich auch von dem modellbahn virus dank reinhard infizieren lassen mein mann war in der lage mir das so nahe zu bringen dass es also wirklich eine echte lebensbereicherung auch geworden ist für mich in dem nicht nur in dieser kleinen in diesem kleinen abbild des modells wir uns mit diesem thema beschäftigt haben sondern auch natürlich in der wirklichkeit dadurch einen ganz anderen horizont bekommen haben oder ich ihn bekommen habe und auch seitdem sehr viel mehr auf bahnereignisse auf bahnen auf schienen auf gleise auf signale achte und ich empfinde das als eine totale bereicherung in meinem leben muss ich ehrlich sagen ja und nachdem das in der wohnung eigentlich wirklich eine sehr schöne sache war sehr konstruktiv es herrschte überall nicht überall aber an vielen stellen aber zu jeder zeit eigentlich irgendwo eine baustelle die ja da darf man dann so hausfraulich nicht so ganz genau hingucken aber das ist jetzt auch nicht so sehr ein problem für mich gewesen oder ist es auch immer noch nicht aber diese baustellen überall empfinde ich auch als total konstruktiv weil da entsteht etwas neues etwas was mehr ist als vorher da war also insofern sagen wir mal die tatsache dass mein mann es geschafft hat mir das so sehr schön auch nahe zu bringen und die tatsächliche umsetzung dessen hat sich schon so verselbstständigt dass ich ohne diese modellbahn auch gar nicht mehr sein möchte die modellbahn ist ja digitalisiert wer hat das von euch bewerkstelligt mein part daran ist zum teil die ja die der pc wenn man so will aber auch eigentlich mehr hart und software im anfang gewesen weil um diese modellbahn zu betreiben braucht man alles digitalisiert und es muss dann halt auch mit einer software gesteuert werden da habe ich mich anfangs sehr eingebracht das ist aber nun auch schon einige jahre her also das thema läuft jetzt eigentlich da muss man ab und zu mal fehler beheben was ja manchmal nerven kosten kann oder wenn es dann so ist dann kostet es nerven aber zum glück läuft alles relativ stabil von dieser seite aus gesehen die einrichtung dieser software auf dem rechner habe ich gemacht das ist aber jetzt auch nicht sehr kompliziert und um die bahn jetzt zum laufen zu bringen muss man sie natürlich individuell anpassen also ein gleisbild konfigurieren das haben wir gemeinsam anfangs gelernt wie man sowas macht aber die einrichtung des jetzigen gleisbilds hat eigentlich reinhard ganz alleine gemacht es ist ja auch viel landschaftsbau notwendig an dieser anlage machst du damit also die einzige kleine gestaltung die ich bisher vorgenommen habe in dieser großen modellbahn sagen wir mal ungefähr 0,1 prozent vom ganzen ist ein kleiner garten und auf den bin ich stolz wie ein schneekönig und vielleicht würde ich tatsächlich erst mal mit sowas einfachem anfangen jetzt nicht unbedingt ein garten aber mehr landschaftsgestaltung vielleicht tatsächlich ja mancher modellbahner am bildschirm wird jetzt sicherlich ein bisschen neidisch auf euch sein kann er das? ja unbedingt also ja doch muss ich schon sagen denn die wenn ich es jetzt nur auf die modellbahnen beziehe in unserem oder meinem leben ist das wirklich ein ein ja es ist ein universum diese modellbahnen grundsätzlich wahrscheinlich für viele oder für alle die sich dafür interessieren und für mich hat es einen solchen stellenwert bekommen dass ich es mir ohne diese modellbahn gar nicht mehr vorstellen kann weil es gibt einfach so viel zu gucken insbesondere weil weil die gestaltung die mein mann ja überwiegend auch alleine macht so gelungen ist dass man so gerne hinguckt und sich das anguckt und ich habe das im grunde ja überall egal in welches zimmer ich gehe oder ob ich ihn in der modellbahnstube besuche es gibt überall extrem viel zu gucken und ich finde das so einerseits schön romantisch andererseits eben aber auch von diesem von dieser technischen seite so konstruktiv dass ich würde man würde sagen wenn man also da eine freude daran hat an sowas sind wir schon zu beneiden man sagt ja immer modellbahn wird nie fertig stimmst du dem bedingungslos zu ich würde da sehr zustimmen diese modellbahn insbesondere wird wahrscheinlich nicht fertig werden weil es wirklich eine sehr große anlage ist die in erster berlinie reinhardt ja ganz alleine macht und die menge der dinge die noch die er getan hat oder die noch in der zukunft zu tun ist oder die detaillierung auf die er sehr viel wert legt dauert doch schon sehr lange sodass vermutlich es keinen zeitpunkt gibt wo man sagen kann sie ist fertig aber es wird stück für stück das gemacht woran wir freude haben und dann ist auch im grunde das erfüllt was die modellbahn erfüllen kann nämlich dass man sich daran erfreut und freude also einen lebensantrieb vielleicht auch daraus hat ja fertig werden wird sie nicht mit diesen schlussgedanken verlassen wir wieder die beiden mit ihrer modellbahn immer an der wand lang es waren interessante einblicke wie reinhard und petra gemeinsam an ihrer modellbahn ach was sag ich modellbahn traum freude und erfüllung haben was kann es schöneres geben nur in einem möchten wir reinhard widersprechen wir wollen nicht warten bis er seinen 125 geburtstag feiert wir wollen er wieder kommen die anlage ist einfach viel zu schön und in zwei drei jahren ist sicherlich auch wieder viel geschaffen worden und das werden wir uns dann wieder ansehen versprochen also so 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 so